I can feel it coming in the air tonight Hold on Schnibbeldi schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem, ja, 1860 München und dem 1. FC Kaisers, Leute, da wäre natürlich total daneben gewesen Ja, geile Kommentare, die natürlich gekommen sind, das Verteidigen, dass man quasi nur noch aus Glücktore schießt, das kann ich so nicht verneinen, aber auch nicht bejahen Das ist irgendwie so, ich habe keine Ahnung Und versuchen hier mit Best-Formationen, die wir haben, aufzutreten Und dann im DFB-Pokal morgen, ja, das wird natürlich dann interessant, wie spielen wir im DFB-Pokal morgen Es regnet natürlich Aber, der gute Michi hat gehört, nö, es wird nicht regnen Ja Immer jeden Tag Regen, finde ich scheiße, wir mischen das immer Fairer Zweikampf, Gretsche Torad raus wollen Komm her Komm's nicht an mir vorbei Ja, war jetzt nicht sonderlich gut, ne, aber es ist ein Exzellent gewesen, also fortgeschritten Verteidigung Silber haben wir, erledigt, wir springen rein in die Partie, der SV Sandhausen empfängt an der Court Lane 1860 München, zum Spitzenspiel nicht unbedingt, aber wir brauchen drei Punkte und das ist klar, um weiterhin noch im Spitzenteam oben dabei zu sein, elfter Spieltag, ihr wisst ja jetzt wie wir so mittlerweile gespielt haben, ist natürlich schade um Sané das wir nicht gekriegt haben und und und, wir haben ja Kötze jetzt auf der Bank, er könnte natürlich ein interessanter Junge werden, mit 18 Jahren, ein schneller Mann, werde ich übrigens wirklich beibringen, noch schneller zu werden, damit er dann auf der Außenbahn für uns für Aktionen sorgen kann, da Doppelmittel ist, das ist schon sehr praktisch. 1860 will hier und heute ordentlich was leisten, ihr seht hier, die beste Abwehr sind wir, nur 5 Gegentore, nur Bielefeld ist in der Nähe von uns, wir sind die beste Abwehr. Montega ist jetzt nicht der beste Keeper, Anschluss hat 1860 von rechts nach links, ich habe übrigens zwei Tage kein FIFA gespielt, wirklich jetzt. Ja, schöner Pass, die Idee dahinter war gut, in diese Schnittstelle den Ball reinzuspielen, Kagelmacher versucht hier den Ball zu behaupten und ordentlich anzunehmen, gelingt ihm auch. Schön rübergelegt, Adlung. Ja, da kann mir das Spiel mal erklären, was das war, egal, SV Sandhausen verstolpert das ganze Ding, der Ball ist schon im Aus und wir kriegen ihn zurück. Alles easy, schön den Ball rübergelegt auf Wittek. Jetzt gucke ich mir gerade an, wo die da stehen, da steht Aschraf und der Ball war nix. Ja, Sandhausen versucht es jetzt nochmal hier. Kuhn, Ortega, naja, kann man auch schlechter lösen, die Aktion. So zum Beispiel, wie Stahl das hier gerade gemacht hat, das war schon wirklich schlecht. Großer, schwaches Dribbling, schwache Ballbehauptung. Der Ball ist weg, nicht gut. Wittek ist in dieser Saison immer schwächer werdend in der Verteidigung. Schon fast unser Problemfall. Schwach von Adlung. Der Ball war nicht gut. Und auch der war wieder ganz, ganz schlecht von Schindler. Wir haben da schon so unsere Spezies im Passen. Wittek, Schäfer, Stahl, gerade gesehen. Der macht das hier und heute wirklich sehr, sehr schlecht. Der ist schon wieder fast eine Überlegung wert, den dann rauszunehmen. Ich kann mir da das nicht erlauben. Mogosa! Da steht der Kackspinner mir voll im Weg. Wer auch immer das gerade war, ich hab nicht richtig drauf aufgepasst. Da meckert er, aber er steht mir so hart im Weg, dass ich lange Zeit nichts machen kann. Gute Pässe sehen anders aus. Ich hasse diesen Zeitschritt, wo der Spieler genau weiß, den kriegt er nicht. Warum macht FIFA den andauernd? Kriegt er nie diesen Kack-Seitschritt aus der Hölle. Das war schon ganz schön lappig gerade in der Verteidigung. Den musste er haben. Mann, Mann, Mann! Und dafür kriegt er wahrscheinlich auch noch Gelb oder so. Ne, die Sprühscheiße kam da nur. Ortega ganz schwach! Ganz, ganz schwach! Eine Freife im Tor. Mit einer 6,2 als Torhüter ist er auch schon klar, dass er da nicht sonderlich super steht. Schwache Ballannahme. Momentan unser Hauptproblem. Wir kriegen den Ball nicht kontrolliert. Hammer! Was war das denn für eine Scheiße? Baumgartel sagt, den kriege ich nochmal. Nefkara, Knaller aber mit einer Glanzparade. War hier nochmal so eine Art Torgefahr. Davor haben wir gar nicht so viel gemacht. Die brauchen wir nicht hereingeben. Wir haben nichts und niemanden, der den Ball dann nehmen könnte. Adlung. Missglückte Ballannahme. Und da ist der Ball weg. Der war abseits. Wir sind einen Ticken besser. Aber es gibt so einen Adlung, der hier ziemlich viel verwurstet. Wie das auch Stahl gerade in der Partie sehr hart macht. Keine Überlebenschance gerade für uns. Riesig viel Platz. Boah, der Ortega, der kann ja recht wenig. Den muss er auch haben. Wenn er den nicht hält, ist das schon eine richtige schlechte Leistung. Ne. Ortega, Stahl. Nürnberg, Duisburg 1 zu 1. Karlsruhe, Heidenheim 0 zu 0. Leipzig liegt gegen Büsseldorf mit 0 zu 1 hinten. Und ich bin hart enttäuscht. Da läuft nix. Mugosa ist sehr schlecht. Dicht gefolgt von Stahl. Da kann ich auch einfach alle auswechseln. Das war nix. Das war ganz und gar nix. Da brauche ich gar nicht mehr so mit denen weiter zu spielen. Tschüss. Frustrationswechsel. Das war ja wohl weniger als nix spielerisch. Wulai. Wulai, der ist sogar drin. Nandes und Wulai, die beiden eingewechselten. Erst Nandes getunnelt und dann Wulai, Wulai, Wulai. Sandhausen geschlagen. 1 zu 0 für 1860 München. So wichtig, dass Wulai den macht. So wichtig, zweites Bundesligator. Vor. Wir werden wieder defensiver jetzt. Adlung. Kagemacher. Wittek. Und Kagemacher und der Ball ist wieder bei uns. Baumgartel. Nandes. Schöner Ball. Also das Dribbeln funktioniert nicht mehr so gut. die Piwette. Klarer Freistoß für 1860. Herausgeholt von Nefkara. der den Ball auch freilich nach innen gibt. Und das war leider nix. Schindler auf Aschraf. Und dann geht es auch direkt wieder in die andere Richtung. Ja, der hätte Ödegard aber deutlich schneller reagieren können müssen. Vielleicht sogar. Wer weiß. Aschraf. Nefkara. Nefkara. Wulai. Wulai. Bester Spieler auf dem Platz. Kommt rein und gibt Gas. Wie ein Weltmeister. Wolf kommt rein für Ödegard. Nandes. Ist nicht Nandes. Ist irgendeine Nummer gewesen. Ne, Wolf ist das. Nochmal derselbe Schmarrn. Baumgarte. Oh, was macht die Nummer 25 denn da? Wer auch immer das jetzt gerade war. Ich kann es nicht erkennen. Nandes. Nandes. Super da reingegangen. In den Zweikampf. Aschraf. Wunderschöner Ball auf Wolf. Er wurde nix. Das ist ne Ecke. Warum muss immer der da hinlaufen? Ich verstehe es nicht. Wolf. Noch ne Ecke. Aschraf. Noch ne Ecke. Jetzt geht es hier aber los. Na, da stehen sie jetzt. Nix. Nix. Wie viel Platz der da bekommen hat. Meine Fresse. Riesenverteidigerfehler. Der Ball von Aschraf, der war scheiße. Nefkara. Nefkara. Aschraf. Richtig schlechter Schuss. Die zweite. Der kann nicht mehr, der Mann. Der kann nix mehr. Aber mit einem 1 zu 0 bin ich immer noch sehr zufrieden. Freistoß. Gott sei Dank. Aschraf. Wieder verkackte Ballannahme. Gefährlich jetzt. Richtig viel Platz. Wulay und er macht den Rhein Doppelpack. Das Ding ist gegessen. Das Ding ist gegessen. 1860 München sagt auf Wiedersehen SV Sandhausen. Die Idee dahinter war Weltklasse. Die Umsetzung war alles andere als gut. Aber der Verteidiger sagt, ich kann den nicht kontrollieren. Und dann ist Wulay richtig, um den Fehler auszunutzen und den Ball reinzuschieben. 2 zu 0 gegen den SV Sandhausen in so einer Lage wie jetzt. Das kann uns nicht mehr genommen werden. Das sieht aus nach unserem vierten Sieg in der Liga. Natürlich regnet es nicht dabei. Da habe ich das richtige Händchen bewiesen. Drei Einwechselspieler habe ich reingeholt. Und alle drei waren jeweils Tor beteiligt. Nefkara, gut dazwischen gegangen. Gut im Gegner genervt. Ausnahmsweise mal nicht hart am Tor beteiligt. Hat Ortega. Das war nicht gut, aber egal. 2 zu 0 gewinnt 1860 München auswärts beim SV Sandhausen. Das war richtig wichtig für uns. Richtig, richtig, richtig. Der vierte Saisonsieg. Alles richtig gemacht. Von den Auswechslungen her. Ich habe Stahl rausgenommen, der überhaupt nichts bewirkt hat. Nandes mit der besten Leistung überhaupt bei uns, seitdem er spielt bei uns. Und dann war relativ schnell das Spielgeschehen auf unserer Seite. Durch die Einwechslung der beiden lief es relativ schnell und stark. Mugosa gar nicht so viel bewirkt. Wulai hat seine Chance genutzt. Einen Doppelpack geschnürt. Mugosa hier. Ortega. Ah, das ist Adlung gewesen, der dem da einen Platz nimmt. Den Raum. Den man sich vor dem stellt. Und mir keinen Platz mehr lässt zum Laufen. So viele Paraden hinterher. Ortega sah natürlich in komm. Eine Aktion wirklich stark aus. Und dann hier ist es soweit. Ne. Es war der Volley von Nefkara. Man kann aber nicht sagen, dass wir schwach gespielt haben. Dann Nandes. Wulai. Und der Ball sitzt. Der Ball sitzt. Song Tor 2 und 3 sind im Gegenteil. Ein Doppelpack für Wulai. Hier in Efkara nochmal. Aufs Torwart-Eck hat leider nicht sollen sein. Wolf. Auch nochmal mit dem Versuch. Der Ball war abgefälscht. Aschraf. Aus der Distanz. Also wir haben es dann hinterher schon versucht. Mit den Ecken vor allen Dingen. Mit unseren 6 Ecken. Die wir da hatten. Haben wir schon viel versucht. Und dann hier. Musste er abziehen. Baumgartel ist nämlich so schnell zurückgeeilt. Bleiben die stärkste Defensive der Liga. Ja. Hier auch nochmal. Aschraf. Wirklich weit daneben. Konnte auch nicht mehr. Hat aber ein gutes Spiel gemacht. Und dann. Der Ball. Der war gar nicht gut. Der war gar nicht gut. Und Wulai nutzt aber dann den Fehler, dass der Gegner ihn nicht annehmen kann. Und macht daraus sein zweites. Am heutigen Tag. Und damit haben wir die 2 Tore Führung gehabt. Ach. Wunderschön. Insgesamt eine gute Leistung von Wulai. Nefkara. Standardsgemäß. Stahl gar nichts. Mogosa gar nichts. Aber Nandes. Hat dann dafür gesorgt. Adlung auch nicht sonderlich gut. Hat dann dafür gesorgt, dass das hinten ganz gut läuft. Pässe. 6 Pässe. Stahl hat auch 6 gebracht. Nefkara hat 100% Passquote gehabt. Top Einwechslung. Das 2 zu 0 war richtig wichtig. Nürnberg und Duisburg trennen sich unentschieden. Die Neidenheim auch. Mit Karlsruhe. Alles ziemlich gut für uns. Vertragsverlängerung. Paraguay. Ist ja natürlich auch eine interessante Möglichkeit. Aber ich lass es erstmal weg. Quell ist aus Deutschland. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Wolf hat Nö gesagt. Wir können auch einmal trainieren. Das finde ich ziemlich gut. Das wollte ich nämlich unbedingt haben. Wulai. Der weiterhin ziemlich gut arbeitet. Daran besser zu werden. Vor allem im Abschluss muss er ja ordentlich arbeiten. Ja. Am Abschluss muss er halt wirklich gut arbeiten. Damit das immer besser wird. Wolf und Aschraf. Na klar. Wolf geht nochmal trainieren. Darf hier nochmal pumpen. Ballkontrolle drauflegen. Im Mittelfeld ist wieder Nandas Zeit. Der nochmal ordentlich schieben darf. Was ist denn hier? Der soll noch nicht dribbeln lernen. Sondern faire Zweikämpfe üben. Im Mittelfeld natürlich. Ödegard könnte langsam auch mal ein bisschen pumpen. Tempo dribbeln. Damit er sich auch mal verbessert. Und die Innenverteidigung natürlich. Kötze. Wem auch sonst. Dem gebe ich hier direkt mal eine ordentliche Aufgabe. Damit er hier. Ach komm. Der kriegt hier alles. Alles simulieren. Gucken wir doch mal. Yes. C. Klatsch. Und da kriegt er auf 68 hoch. Der gute Mann. Nandas leider nur mit einem D. Ansonst siegern die Leute B. 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 Und ein C. Und Kötze verbessert sich damit auf 68. Er erhöht seinen Marktwert um 21%. Kriegt Grätsche drauf. Das ist super gewesen. Und Nandas hier. Man sieht der kommt auch ordentlich. Er hat schon 30% Marktwert drauf gelegt. Seitdem. Wolf 29%, 21%, 21% Das sind gute Werte. Auch für einen Kötze. Gucken hier mal rein. Können sogar fast so spielen. Fast. So. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ja auf Rang 4 sind wir schon vorgedrungen. Das ist noch für uns machbar hier. Rang 4, 3 Punkte. Ich sehe 2 Punkte da vorne. Spaderborn, Leipzig und Lautern mit der Punktgleichheit. Die haben 15, 15 und 18 Tore geschossen. Und haben jeweils 6, 3, 2. Eine Möglichkeit für uns näher ranzurücken. Das sind nur 2 Siege mehr als wir das haben. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Lefkara. Auf Legende und 1860 München. Und wir sehen uns morgen wieder dann im Pokal gegen Heidenheim. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Haut sie rein Leute. Ciao, ciao.